Wenn ein Herr der Nacht eine menschliche Frau befruchtet, wird das Baby ein Dump-Heel. Ich weiß nicht, wer oder was das getan hat. Das war der Teufel. Ihr müsst den Dump-Heel holen. Ich habe schon ewig Albträume, aber jetzt werden sie immer realer, als ob es eher irgendwelche Erinnerungen wären. Herren der Nacht töten solche wie dich bei der Geburt. Du bist zu gefährlich. Jetzt weiß Gorka von deiner Existenz. Er wird alles möglich machen, um dich zu vernichten. Bring mich zu ihm. Bring ihn hier in mein Schlachthaus. Also, was bist du? Sag schon. Es fühlt es sich an, zu wissen, dass das eigene Leben zu Ende geht. Bitte töte mich. Hör auf dein Blut, mein Sohn. Es sagt dir, wer du bist. Das wird ein verdammt langer Krieg. Willkommen in der Welt der Albträume, Soldatenboy. durst du have es sich an, zu wissen, versuchen wir, an zu verab� ganz, durchleuftem honestly. Vielen Dank.